Elfmeter Kruse. Ja, und der Arm ist weit draußen. Natürlich geht dieser Arm nicht mehr zum Ball. Das schafft selbst ein Torwart nicht. Aber der Arm ist weit draußen. Wir bewegen uns in einem Grenzbereich, aber die Entscheidung gegen Starke. Die Chance für die Borussia wieder ranzukommen. Und er macht's. Nur noch 2 zu 1 für Bayern München. Borussia-Mönchengladbach meldet sich per Elfmeter Kruse zurück. Er hat ihn selbst rausgeholt. Und die Bayern leben auf dem Weg ins Finale.